Die zu veräußernde gut gepflegte Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Leipzig-Konnewitz. Das Objekt wurde 1995 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Keller, einen Tiefgaragenparkplatz, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer sowie einen Balkon. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 80.000 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017